ein neues video von sprengkraft 97 und zwar habe ich heute die supercola fontaines von jorge für euch dies sind fünf fontänen in verschiedenen farben brennzeit beträgt eine minute NEM beträgt hier 90 gramm das ist verdammt viel für solche fackeln so sehen die teile aus eigentlich ein stinknormaler eine stinknormale handfontäne man zündet das ganze wie eine eisfontäne eigentlich bloß halt größer hier oben an und dann brennen die ganz normal die kann man in der hand halten meine ich ja und dasselbe spiel haben wir halt bei den anderen farben auch also ist nichts besonderes ein paar handfontänen für billig geld dachte ich mir nimmst du mal ein päckchen mit wir fangen an mit einer gelben jorge kohler fontaine so wie gesagt dann dauert eine minute schöne eisfontäne sag ich mal in anziehungsweise hier und jetzt kommt noch der goldregen hinterher die brenndauer ist wirklich sehr sehr extrem lang also top die teile ja das war es jetzt aber so jetzt folgt die rote hier sehen wir uns schöner leichter kräftchen effekt und das rot kommt minimal unten aus der klammer raus also wie gesagt erinnern sehr stark an die eisfontäne von micro und jetzt wieder dieser schöne goldregen hier von eben wenn der jetzt noch irgendwie rot oder so wäre das natürlich noch schöner anzusehen ich will schon mal die nächste kontinie so langsam ja das war's dann wir machen weiter mit der lilanen das dürfte eine magnesium flamme sein denke ich mal die rauchen bisschen tränen aber die kann man super ins stadion nehmen soll es natürlich nicht dazu anleiten wollte ich nur mal erwähnt haben also ich bin auch schon beim galo schauen ja auch hier wieder ein schönes lila sieht man die sehr schön ja und jetzt wieder der goldregen das war gerade eine bombenrakete die kommen auch später noch bei mir rauchen wirklich ist echt brutal aber auf langer silvester da wollen wir uns ja nicht gern ja das war die lila jetzt kommt die grüne ja das führe ich natürlich kurz im rauch hier auch wieder sehr gut ja also ich muss echt sagen diese kontänen sind echt sehr sehr schön von mir heute und ich erger mich jetzt gerade dass ich nicht mehr von denen genommen habe weil die sind wirklich wirklich schön verarbeitet und sehr gut in der Brenndauer also die halten echt was die Versprechen ja das war schon hier eine Bombenrakete ja das Grün sieht man sehr schön auf dem Video sieht man es nicht ganz so gut aber ich kann auch sagen dass das Grün sehr stark hervorkommt ja da hat sich auch schon aus Fontänen zu so jetzt haben wir noch die blaue Fontäne also für Schalke-Fans ist sie perfekt jawohl schöne blaue Flamme da also ich wollte jetzt mit dem Schalke-Fan niemanden diskriminieren oder so einfach nur eine Erwähnung also ihr könnt hier mal gucken die Rauchentwicklung ist so dicht also sehr schön da fällt jetzt hier der Goldwege dann müsste es auch gleich vorbei sein mit dem Ganzen hält aber noch lange an ja jetzt ist es vorbei ja also wirklich Top-Artikel von Jorgela die Fontänen die Super-Color-Fontänen ja ich hoffe euch hat es genauso gefallen wie mir und wir sehen uns beim nächsten Video wieder ja sehr schön hübsche ja ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020